Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich konnte offline nicht allzu viel machen. Ich habe einmal Holz gehackt und schon hatte ich keine Ausdauer mehr. Jetzt wollte ich eigentlich hierzu den guten alten Herren, den Shelby. Na komm, sie wollte ihm doch nur helfen. Also ganz so schlimm ist es doch nicht. Ja, und ich hatte gehofft, dass er noch was Neues sagen würde. Deswegen habe ich nämlich jetzt meine Aufnahme begonnen. So, Muscheln hoffe ich jetzt aktuell, dass wir die jetzt erstmal nicht brauchen. Entsprechend werde ich die mal alle verkaufen. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir an die 200 rankommen. Vier Stück. Seetang. Oh, würde ich gerne behalten, aber werde ich jetzt erstmal verkaufen. Habe ich nur einen. Oh ne, dann fehlen mir immer noch vier. Könntest du auch noch verkaufen. Ich habe aber keine Allraunen. Ich wollte gerade sagen. Ja, es tut mir leid, alter Mann. Aber ich muss nochmal ein bisschen gucken, ob ich hier eventuell was finde. Weil ich brauche ganz, ganz, ganz dringend Geld. Damit wir die 200 haben. Und dann muss ich halt gucken. Oh, hier ist noch eine Allraune. Da oben auch. Moment. Shelby. Ich muss immer ans Auto denken. Ich weiß auch nicht. Ah, da kriege ich sogar 20 für. Wie geil ist das denn? Yes. Auf zum Shoppen. Er hat sich nochmal verbessert. Mal schauen. Und ja, jetzt sind wieder zwei Dinge, glaube ich, nach oben gerückt. Oder eins. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber ist ja auch egal. Gut. Ich schaue hier oben nochmal, ob ich hier noch irgendwas eventuell einsammeln könnte. Aber das sieht immer schlecht aus. Also gerade so die Sachen, die er jetzt gerne hätte, sind selten da. Und da ich ja keine Ausdauer habe. Obwohl, Moment. Ich hatte doch eine Banane oder sowas, ne? Die am Strand zu finden. Das verwende sie oder verkaufe sie oder verwende sie zum Kochen. Ich wollte sie eigentlich zum Essen verwenden. Aber so wie es aussieht, darf man hier keine Bananen essen. Okay. Ja, dann kann ich hier erstmal nichts mehr finden. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Also ich merke schon, dass das Ganze dann doch sehr grindlastig wird hier drin, denke ich mal. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so sein wird. Weil das ja dann doch sehr nervig ist. Wir könnten nochmal zum Strand runter. Weil er ja auch Muscheln ankauft. Und theoretischerweise, weil es ist jetzt wieder ein neuer Tag, theoretischerweise müssten wir jetzt immer mit den Leuten reden, ne? Mit ihr müssen wir auf jeden Fall reden. Die ist ja eine harte Nuss, glaube ich. Ja. Oh, da sind direkt mehrere drin. Oh, warte mal. Der ist doch relativ schnell hochzukriegen, so wie das aussah. Äh, ja. Gut. Da kaufe ich halt nichts bei dir. Ist okay. Hallo. Ich wollte mit dir reden. Oh, just who I was hoping to see. Who, me? Here, take this to Hazel. Oh, I couldn't. Nonsense. Take it. Your grandma and I have a friendly pie rivalry of sorts. This is my answer to her last move. A devastatingly perfect key lime tart. I bake with love. But I also bake to win. Okay. I'll make sure she gets it. Let me know how she likes it. Was is'n, wenn ich den einfach selber esse? Mein erstes Kochbuch. Aber ich geb da keine 40 für aus. Also das könnt ihr vergessen, Leute. Man kriegt hier so wenig Geld und dann wollen die so viel für solche Sachen haben. Hey, have you tried Kim's Butcher Shop yet? There was nowhere on the island to get good bacon until they came along. Now Kai and I can have ourselves a breakfast with the works on the weekends. Reichhaltig an Speck, na toll. Da werdet ihr ganz schnell ganz dick. Hola. Hey, new girl. How's farm life treating you so far? I'm still figuring everything out. Well, let me know if anyone ever repairs the entrance to the mine by your farm. I run the jewelry shop. But it's a bit hard making jewelry without actual jewels, you know? Crafting beautiful pieces is one thing. But sourcing the stones is tough. Okay, vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen, dass ich dann demnächst abbauen kann. Hallöchen. Surferboy. Sehen ja, aber Schokolade werde ich hier ganz sicher nicht kaufen. Äh, Zimt, Granatapfelsetzli. Ach du Scheiße, das ist alles teuer. Ach, da ist die Schokolade. Die hat er aber auch nicht auf Lager, na super. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das sind wahnsinnige Preise dafür, dass der... Wieso leuchtet der jetzt immer noch so gelb? Jetzt bin ich nochmal... Ne, das war aber nur zum Verkauf. Ich wollte gerade sagen. Ähm... Hallöchen. Okay. Ich gehe da mal wieder. Hat die eine Tussi da mit dem Fleisch, der hat auch offen, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe gedacht, dass wir... Aber mal ganz ehrlich, die hat überhaupt gar keine Brüste. Woran soll ich erkennen, dass das ein Mädchen ist? Wenn Sie entscheiden, können Sie mir die Tiere haben. Ich gebe dir Geld und ein bisschen mehr. Äh. Oh. Ich glaube, es ist schwer, kommen aus der Stadt zu lernen, wie die Sausage ist. Ja. Woher ich komme, ist... Es ist nicht so viel gesprochen. Ich verstehe. Und da gibt es viele Sachen wir nicht in der Öffentlichen hier, auch. Wie was? Ich muss zurück zu arbeiten. Okay, das war jetzt sehr geheimnisvoll. Äh... Die haben schon wieder zu. Haben die überhaupt jemals geöffnet hier? Moment, kann man... Aber hier vorne habe ich bisher noch nichts gefunden. Nee, da denke ich mal, wird auch nichts sein. Ah... Dann schauen wir nochmal hier vorne am Strand. Nein, keine Vögel. Ich brauche Muscheln. Ich meine, die Muscheln waren nämlich das, wovon ich 10 Gold bekommen mag. Oder Geld oder was auch immer. Da, da ist was. Kokosnüsse. Hallöchen. Aber mit dir habe ich schon gesprochen. Oder sagt er hier noch was anderes? Aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, die werden nur einmal am Tag was Neues sagen, oder? Ja. Ach nee. Aber ich kann ihm das ja verkaufen. Ich bin ja auch so doof. Ähm... Ja. Einmal eine Muschel, bitte. Also, bitte für dich. Der sagt gar nichts mehr dazu. Ist okay. Aber wenigstens kann ich hier Sachen verkaufen. Das ist schon mal gut. Aber wieso steht der jetzt hier vorne? Das irritiert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Weil er eigentlich gar nicht hier hingehört. Also hier vorne. Hm. Ah, mit ihm sollten wir mal reden. Weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe ihn so ein bisschen... Dass er mich nicht so mochte. Hallo, Indianer. Bleib hier. Bleibst du mal stehen und redest mit mir? Ja. It's me again. I've been trying to help out my grandma. But I don't know much about farming at all. Yep. Like I said, not so easy. Hazel's got some of the best soil on the island. Shame for it to go to waste. Look, city girl. Just water your plants and you'll do fine. Auf jeden Fall hat er mal was Nettes gesagt. Also er wollte mir irgendwie helfen. Da kann ich so wahrscheinlich nicht rüber, ne? So sichern die also ihre Zäune, dass man nicht drüber springt. Die machen da einfach grün hin. Ach so, das ist ein anderer Strand, ne? Da können wir auch noch mal gucken, ob wir da was finden. So. Es kann nämlich sein, dass das hier war, wo ich die ganzen Muscheln gefunden hatte. Hier unten ist schon mal was. Das ist gut. Aber nur eine, schade. Ja. Ob Shelby jetzt noch am anderen Strand ist? Weil die würde ich nämlich auch gerne jetzt verkaufen. Mal schauen. Gehen wir nochmal runter. Ich sehe jetzt nur eine. Ich weiß. Moment, da oben wächst aber noch was. Das sollte ich auch direkt mitnehmen. Hexenkraut. Hexenkraut. Das sollte ich ihm vielleicht nicht verkaufen. Selbst wenn das möglich ist. Da ist er. Shelby. So. Hexenkraut kann ich anscheinend auch nicht verkaufen. Das ist gut. Ach, das ist die, die nicht so viel wert ist. Na gut. Er redet irgendwie auch gerade nicht mehr mit mir. Ich weiß auch nicht. Irgendwie haben sie jetzt keine Lust mehr. Also was heißt sie? Er hat jetzt keine Lust mehr mit mir zu reden. Vielleicht auch, weil er jetzt an einer anderen Stelle aufgetaucht ist. Ähm. So, theoretischerweise müssten wir doch jetzt auch wieder ein paar Steinchen hier finden. Doch, da links ist noch ein kleiner. Nehmen wir den schon mal. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Das Problem ist natürlich, ich habe jetzt nichts mehr, was ich essen kann. Und, naja, sind wir mal ganz ehrlich. Die Sachen, die man ja eigentlich dann sammeln müsste, die muss man natürlich alle erstmal verkaufen, um überhaupt Geld zu kriegen. Das heißt, heute habe ich schon, glaube ich, gegossen, ne? Ja, heute hatte ich schon gegossen. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal hinlegen. So blöd das auch klingt. Ach nee, warte mal. Ich muss Oma ja noch ihren Kuchen geben. Oma? Ich sollte eigentlich wegen Kuchen mit dir sprechen. Oh, hier, Grandma. Sophia gave me this pie to give to you. Apple? How original. You keep it, Honeybee. The sugar rush will give you some energy when you need it. Also zum Beispiel jetzt Oma. Aber es wird wahrscheinlich nicht viel sein. Moment. Ähm. Oh. Wo habe ich denn jetzt die Champignon-Cremesuppe hier? Oder kriege ich jetzt jeden Tag eine neue? Oh, das ist krass. Oh. Die kippt aber mal so richtig Energie. Das ist heftig. Okay. Falls ich jetzt komisch rede, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine mini kleine Fliege verschluckt habe. Ähm. Sollte ich gleich nicht mehr aufnehmen, sondern einfach nur noch stillstehen, dann habe ich vermutlich eine verschluckt und bin gerade am Husten. So. Aber keine Panik. Das passiert mir ständig. Unten haben wir noch was. Aber wenn ihr mal oben links guckt, das ist so viel, was einem da abgezogen wird an Energie. Das ist abartig. Äh. Das wäre schön, wenn ich das dritte Holz jetzt auch noch finden würde. Das ist natürlich eine geile Stelle, wo man überhaupt Holz hacken kann, ja? So. Einmal schaffen wir noch. Ob wir jetzt noch ein zweites Mal schaffen? Könnte eng werden. Das können wir noch machen, theoretisch. Ich würde aber eigentlich gerne ein Bäumchen, also kein Bäumchen nehmen, sondern hier so ein Ding nehmen. Ah. Ich glaube, das dritte schaffen wir tatsächlich nicht mehr mit dem, was wir haben. 32 Holz. Ja, und das. Oh. Äh. Dafür habe ich das jetzt mit einem Schlag hinbekommen. Hä? Oder zählt das dann nur, weil es das letzte ist? Das kann natürlich auch sein. Ja. Was haben wir denn überhaupt noch? Dran an den Schuppen sind wir ja dran. Können wir ja nicht machen, weil wir wahrscheinlich zwischendurch schlafen müssen. Und ansonsten haben wir aktuell nur die Kartoffeln. Ähm. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir nochmal in die Stadt gehen, bevor ich mich jetzt irgendwie hinlege. Noch haben sie geöffnet. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Weil wir müssen ja bei denen die Herzen ein bisschen fühlen. Hello again. Hi. You know, you don't see many blacksmiths these days. Ja, I know. Well, my great-grandpa was a blacksmith, so I guess you could say it runs in the family. Of course he died before I was born. But it's his hammer I've got. That's really cool. So your family taught you? Oh, nah. I'm self taught. A city export like yourself. It's harder work than sitting at a desk, but it's more rewarding. You'll come to love it here. Kann ich nur bestätigen. Irgendwo am PC zu sitzen, gut, sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil ich am PC, ja, meine Videos schneide und aufnehme, aber grundsätzlich am PC einfach nur zu sitzen und quasi nichts zu tun, außer irgendwelchen langweiligen Bürokram, das ist absolut unbefriedigend. Hi. Ich hätte da einen Apfelkuchen. Gut, mit ihm wollten wir ja nur reden. Können wir mit dir auch, ja, mit dir können wir auch reden. Nur den dritten Platz, dann möchte ich nicht wissen, wer den ersten Platz belegt hat. Mit dir habe ich doch schon gesprochen, ne? Du warst doch... Ah, nee, du bist dieser... Habe ich gesehen. Oh, yes, I saw it. Wonderful. I'm sure your neighbors will appreciate you lending a hand whenever you can. Aha. Kann ich nur nicht wirklich. It's hilarious. Look, I don't even like flowers that much, but I can set my own hours. I like being able to be there when my little brother gets home from school. That's so nice. How old is the little guy? Sixteen. But he still likes it when I make him a snack, okay? Okay. Ähm... Ach, die Schule. Ist hier ja noch jemand drin? Ne, ist grad Pause, ne? Dann spreche ich mal mit dir. Hey, so my mom says your grandma sick and that's why you came here. Yeah. I came back to take care of her. That's nice. I visited my Nona in Italy when she got sick too. Well, technically she was my dad's Nona. I'm sure she was really happy to see you. I don't really know. I don't speak Italian, so I didn't know what anybody said. Ne, geil. At least you and Hazel speak the same language. That's a good point. Ja, du drängst dich mir gerade so schön auf. Hazel is a dope old lady. You're lucky having a grandma like that. What? Not a big fan of your own grandparents? Um. My mom's parents died when I was little. And my dad's parents can't visit much because of Visa problems. Oh. I'm sorry for bringing it up. No, it's cool. Hazel's the communal grandma. Auch nicht schlecht. Was man nicht alles über seine eigene Oma lernt. Hallo, bleib stehen. So, you came here to take care of your grandma? That's really nice. You sound disappointed. It's just that it's less fun to prank people who are really nice. I could try being less nice. Thanks, but that's okay. Emmy and I already have lots of people to prank. Mm-hmm. Ich gehe mal davon aus, dass du der Sohn von der einen warst. Ah, wenn du hier gerade runterkommst. Ich warte hier auf dich. Hallo. Mom says you two were friends when you were little. Well, Lena was older, so she kind of used to babysit me. Oh, like Julia does with us. It's not a bad hustle. She gets paid to play with us. Ja, ne? Geiles System, oder? Entschuldigung. Ich muss mal eben hier durch. So, da oben ist alles zu. What's good? Du bist beschäftigt, du machst gerade einen Tisch. So, da kommen wir zu ihm. Da unten waren die Villen, ne? Also gut, eine Villa wird wahrscheinlich von dem Knilch da, von diesem Bürgermeister sein. Aber die andere Villa, ja, das könnte eventuell die von der Ärztin sein. Ah, das war dieser komische christliche Typ da. Hallöchen. Du weißt schon, dass du da stehst, niemand ist. Du bist ein recenter Rival, oder? Hat Otto das Spiel gespielt, das Meet Everyone-Game? Ha, er hat sicher gemacht. Aber ich fand es eine gute Möglichkeit, mich zu erinnern und die Liga-Mission in die Stadt. Bevor ich es wusste, hatte ich vier neue Mitglieder. Okay. Na gut. Jeden das seine. Achso, nee, das war der Friedhof. Ich glaube, da kann ich gerade mit keinem reden. Was ist denn hier? Ist das immer noch alles so abgesperrt und niemand ist zu Hause? Achso, das war das andere große Haus. Ah. Okay. Ja, dann kann man hier wirklich nicht allzu viel... Mit dir habe ich schon gesprochen. Gucken wir hier unten nochmal. Hallöchen. Madame Ärztin. Hallo. Es wäre schön, wenn ich mit dir reden könnte. Hallo. Oder haben wir heute schon gesprochen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ach nee, ich habe hier angefangen, oder? Ja, 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 ja. Ich habe hier angefangen, deswegen. Das heißt, mit ihm... Habe ich mit dir auch gesprochen? Ja, anscheinend ja. Hallo, Kätzchen. Hallo, süße Knuffelwuffel. Oh, such a pretty girl. Oder Schnuffel. Kein Wuffel. Voll überheblich am gucken, die Katze. Na, Katzen halt, ne? Ich glaube, da sind wir noch nie runtergegangen, um zum Wasser zu gehen, ne? Da gucken wir auch mal kurz, was da eigentlich... Ist ja eigentlich nur der Steg, aber vielleicht kann man da noch irgendwas einsammeln oder so. Kann man hier drauf? Kann man, aber ist zu. Fähre nach Milkwater. Nur im Voraus gelöste Tickets. Ist wahrscheinlich die Stadt, oder? Zu Hause von Bruno Soft Bruno wohnt hier. Ist das der, der... Äh, der, der, der angel da hinten? Der war das doch, oder? So, dann würde ich aber schon fast sagen. Na gut, wir haben schon wieder 10 vor 5 am Nachmittag. Die sind schon wieder alle halb am Schlafen. Ich denke mal, dass hier nicht mehr allzu viel kommt. Wo ist alles zu? Mit ihr hatte ich schon gesprochen. Ich gehe mal wieder zurück zu Oma. So. Dann. Achso, ich hätte jetzt mal gucken sollen. Sind hier keine Einzelnen mehr, ne? Mhm. Ja, die Kleinen können ich machen, aber die will ich nicht machen, weil die sollen ja nochmal... Kann ich die Großen eigentlich machen? Ne, die Großen kann ich nicht machen. Warum eigentlich nicht? Aber die Großen werfen dann wahrscheinlich diese, diese Dinger ab, oder? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Wir nehmen jetzt einfach mal die Suppe. Ist auch lecker vegan. Mehr haben wir nicht. Dann nutzen wir das Ganze jetzt nochmal. Gut, da kommen dann vier raus, okay. Na gut, 39. Mal gucken, wie viel wir noch hinkriegen. Vielleicht kriegen wir das ja heute noch zum Abschluss des Tages. Wobei, wahrscheinlich nicht, weil der ist dann ja eh nicht mehr am Arbeiten. Die haben ja alle nichts zu tun irgendwie. So, 43. Na, das schaffen wir aber heute nicht mehr, das zu hacken. So, der ist ein bisschen größer. Haben wir den erstmal. Ja, es war klar, dass das das Letzte ist, was ich damit noch hinkriege. Ja, dann haben wir 47. Da müssen wir auf jeden Fall am nächsten Morgen nochmal ein bisschen Holz hacken. Ähm, Wasser hatte ich gemacht. Komm mal. Hast du mir noch was zu sagen? Ne, ne, du redest immer nur von Kartoffeln. Na gut. Wäre auch zu schön gewesen. Na gut, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt mal ins Bettchen lege. Entweder mache ich jetzt einen Cut oder vielleicht gibt es ja noch eine kleine Zwischensequenz wie beim letzten Mal. Das weiß ich nicht. Ich sage mal, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh, so tired. Oh.